Ina putzt Zähne. Ganz kräftig hin und her. Nein, sonst geht die Zahnbürste kaputt. Und strubbelt sie. Meine strubbelt auch. Meine auch. Je fester drücken, desto besser. Echte Männer und Frauen drücken. Dann werden die Bakterien platt und wenn man sie dann so rausschrubbt. Ina weiterputzen, nicht einschlafen. Immer bewegen. Auf. Richtig.